Wo Kristalle wachsen, steckt die Macht. In den tiefsten Gründen such danach. Hm, das klingt wie die Kristallgrotte. Und die ist ziemlich tief. Bisher hat sie noch niemand komplett erforscht. Bis heute. Okay, dann los. Wisst ihr noch, wer dran ist? Ja, du. Na warte. Jonas! Müssen Sie dieses dumme Spiel spielen? Jonas! Ich spiele nicht mit! Und jetzt verschwinde! Ah, ich verstehe. Was? Die Kristallgrotte? Und die Elfen sind auf dem Weg dorthin? Die Grotte ist gleich da drüben. Ha, ha. Wir werden dort auf sie warten. Was für ein Glück! Folgen Sie mir! Sieh das! In die Grotte! Schnell! Das bedeutet jetzt! Idioten! Das hier ist... ist... Was immer es ist, sorgen Sie dafür, dass Ihre Brüder bereit sind. Wir haben keine Zeit. Oh, nun sieh sich einer dieses fantastische Exemplar an. Ich wusste gar nicht, dass man so gut aussehen kann. Und dann bin ich auch noch so bescheiden. Oh, die Legende besagt, dieser Spiegel zeigt dir, wer dein wahrer Freund ist. Hm, akkurat und weise. Wo kann ich einen solchen Spiegel erwerben? Hallo? Ist da jemand? Oh, haben Sie etwa keine Freunde? Hm, dafür gibt es sicher eine einfache Erklärung. Hm, vielleicht ja, weil... Niemand sie leiden kann. Ja! Oh, kurung, guß da! Hey! Ihr Narren! Leg deinen Hinterhalt genau hier! Sehen Sie? Genau dieser Ton. Deshalb haben Sie keine Freunde. Puh! Brüder, leg deinen Hinterhalt! Oh, hier! Hörer! Hm.